so und damen herzlich willkommen zurück zu harry potter und der gefangene von askerman wir sind hier in der letzten folge stehen blieben und hier ist reparo ich bin wirklich verletzt er ist nicht gut ich brauche hilfe die bekommst du nein warte mal machen wir erst mal so müssen ja wieder aufdecken kennen wir ja das ganze spielchen da ist nicht dein ernst es reicht jetzt nicht echt jetzt jetzt aber okay miene liegt am boden ist nicht gut das ist so ganz und gar nicht gut suchte erzorn aber nichts mit uns ja jetzt aber geht doch war das jetzt so schwer ich denke mal nicht da haben wir eine bruder sehr gut ganz wichtig naja wenn sie uns eine bruder geben wollen mein gott wir dafür brauchen wir miene wenn wir sollen wieder mit lexis arbeiten nein ist die falsche richtung miene das ist die falsche richtung in die richtung müssen wir so geht das schon mal nicht so run geht hier hoch dann bestrahlen wir das ding sehr gut lasse ich mir fallen ah ok dann wenn wir wieder glaciers anwenden warte mal wir müssen hier mal kurz miene auch mal wieder hoch helfen das ist gar nicht gut wie es ihr gerade geht aber ihr geht es wenigstens besser als ron so ich hätte jetzt gerne dass hermine da stehen bleibt hier war der hermine müsste hier so stehen sehr makaber aber es hat funktioniert dort komme ja ja gut es war jetzt nicht allzu schwierig hier dieses rätsel aber dennoch lustig uns gegenseitig mit diesen dingern abzuwerfen hier haben wir sonst alles gemacht das heißt es geht weiter ach run mach mal au und such dir irgendeinen aus danke au jetzt geht es uns vielleicht doch nicht so gut dass es der ist der zum der Genau. So war das. Ich musste gerade vielleicht überlegen, was wir machen mussten, aber... Es ging alles. Dann haben wir hier eine Kiste. Gut. Wir kamen von unten, oder? Oder müssen wir nach unten? Ne, wir kamen von unten, meine ich. Wir kamen von unten, meine ich. Dort kamen wir. Warte mal. Da haben wir einen Schalter. Den betätigen wir. Sehr schön. Harry kommt von alleine, oder? Oder? Ich gehe einfach ohne Harry. Nö. Mir ist so blöd. Ähm... Hierfür brauchen wir definitiv Carpa Retractum. Dann gehen wir mal zu... Harry wieder. Höh! Harry, was machst du hier nur? Das ist nicht gut. Ähm... Ich weiß aber gar nichts mehr. Warte mal. Ähm... Irgendwas war damit. Irgendwas war damit. Ah, nein. Warte mal. Ich glaube, ich weiß es wieder. Ich glaube, ich weiß es wieder. Falls wir da hinkommen. Warte mal. Warte mal. Aber sowieso nicht das, was ich machen sollte. Nö. Lass ich mal vor allem. Ah, vielleicht... Vielleicht ja doch. Aber nee. Jedenfalls dort nicht. Ja, lass dich mal vor allem, Harry. Ja, ähm... Danke. Vielen Dank, Freunde. Ähm... Das wird jetzt tricky. Das macht er ja nicht. Doch, das macht er. Okay. Warten Mist. Okay. Dann war es doch nicht so tricky. Nein, Harry, bleib da oben. So. Bis es da oben einrastet. Höh! Mit Harry ist nichts passiert. Dem geht's gut. Stimmt, Harry ist ja der Einzige, der springen kann. Ich glaube, wir haben Harry davor bewahrt, dass er Fallschaden nimmt. Aber Harry ist der Einzige, der vernünftig springt. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen wieder hochlaufen mit ihm. Schade. Wirklich schade. Aber gut. Der Weg ist dann doch nicht allzu kompliziert. Von daher... Machen wir es mal eben. Gut. Hier bekommen wir jetzt Cabretractor mehr, bestimmt. Oder? Was bekommen wir hierher? Schönes Wetter? Irgendwas muss es ja sein. Und ich schätze mal... Cabretractor. Genau. Mary? Mary? Lees? Das Cabretractor-Zauberbuch. Ich hab es. Und irgendwas gibt mir das Gefühl, als dass wir es direkt benutzen müssen. Oh Gott. Uuah. Machen wir mal den hier. Und ja, Cabretractor muss es nicht allzu schwer anzuwenden. Wir halten ja noch mehr aus. Warte mal. Kann ich den... Ihren Schilder wegnehmen? Nee, ist das schon. Sie werden den Zauber mit ihren Schilden ab. Er muss schon... Sehr schön. Machen wir mal den hier. So, ihr müsst mich schon angucken, Freunde. Okay. Wir haben ein Problem. Komm mal auf. Tu es mir weh. Okay, wir können rein theoretisch auch ihren Schilder da anvisieren. Ja. Jetzt ist er nichts mehr. Geht auch. Also. Das ist der Weg hier. So, dann haben wir wieder was... zum Naschen gehabt. Dann gehen wir wieder... ähm... äh... ja? Was zur Hölle ist das hier? Gut, dass das Ron erkannt hat. Jetzt müssen wir mit Harry da rüber... das anvisieren... und dann das hier rüberziehen, weil... das natürlich... Sinn ergibt. Komm, Leute. da... Achso. Die Mine muss da durch, damit... sie den Schalter umlegen kann. die anderen passen da nicht durch. Ergibt natürlich Sinn. Okay. Oder? Ja. Okay. Gut. Gehen wir raus... äh... äh... Das gefällt mir nicht. Haben wir. Manche halten das ja nicht einmal mit Schilder aus. Was eine Schlacht hier. Natürlich. Äh... Ja, siehste. Ja, manche mit Schildern bringt sehen was. Oder so. Wenn du ihn dir nicht abnehmen kannst, dann such dir einen anderen Weg. Das haben wir getan. Wobei ich die Karte am Weg so verstehe. Aber... Aber gut. Tschüss. Ja, Untertitelung des ZDF, 2020